Adi Dajo, Adi Bissi, neun Jahre alt, vierte Klasse, Lieblingsfest, Diktat, Kunst, Musik, Hobbys, Musik hören, Gedichte schreiben, mit Freundinnen spielen. Ich geh gerne tanzen, meine kleinen Lichter, Adi Dajo, Adi Bissi, on stage! Freunde, mit Freunden hat man viel Spaß, sie mögen dich. Und wenn andere sagen, ihr seid viel zu verschieden, dann denkt, die sind total doof, weil man freundet sich an, weil man so verschieden ist. Das nenne ich Freundschaft. Musik Untertitelung des ZDF, 2020